Und Wolfgang Klinger von der FPÖ ist jetzt am Wort. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, in aller Kürze, für uns als Freiheitliche ist das absolut unterstützenswert, weil es in einigen Bereichen genau das trifft, wo wir auch Probleme gehabt haben. Ich bin da zum Beispiel bei der Reihung der Wahlvorschläge bzw. der Listenreihung und in zweiter Linie auch bei den Absenkungen der Unterstützungserklärungen. Das ist nicht so einfach, wenn man die kleinen und mittelständischen Unternehmen weiß, wie sie zusammengesetzt sind und wie sie alle in gewissen Bereichen weniger werden. Dann ist es auch in gewissen Branchen für kleine Fraktionen schwierig, diese Unterstützungserklärungen zu bekommen. Und in der Summe der Dinge kann ich sagen, können wir diesen Antrag hier unterstützen. Das sagt Wolfgang Klinger von der FPÖ. Und... Das sagt Wolfgang Klinger von der FPÖ. Und wir sehen uns. Das sagt Wolfgang Klinger von der FPÖ.